Willkommen zurück hier bei Mass Effect. Wir spielen die Legendary Edition und befinden uns auf Noveria, wo wir die Patriarchen finden müssen, die ein Bündnis mit Saren hat. Alles ein bisschen verstrickt und verzwickt, aber wir finden uns in dieser Soap-Opera schon raus, wie es alles laufen soll. Okay. Etliches Krabbeltier. Schwerer Fehler beim Hochfahren. Die Benutzeroberfläche der virtuellen Intelligenz ist offline. Manueller Neustart erforderlich. Okay, wie können wir einen manuellen Neustart machen, ist die Frage. Wie machen wir das? Den können wir alle nicht öffnen. Und ihn können wir nicht nutzen. Okay, dann müssen wir da hinten durch. Meine Neustart bedeutet, ja, wir müssen wahrscheinlich ins Betriebssystem gehen, wollte ich gerade sagen. So schießen. Es geht wohl hier rein. Kern betreten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt ja wohl wie in der Matrix. Kern verlassen. Speicherzugriff. Reparieren für 100 Universalgel. Manueller Reaktivierungsversuch. Scheint nicht funktionieren. Sie können versuchen, die Datenbank unter der Welt zu reklamieren oder unter der Welt zu lassen, um die Beschädigungssysteme zu werden. Okay. Speicherkern 1 beschädigt. Modul zu reaktivieren. Auf Kern 2 oder 3 transferieren. Okay, das ist ja wie die Türme von Hanoi, oder? Die konnte ich auch schon nicht, aber wir probieren es mal. So, warte. So, warte. So, mach ich doch eigentlich. Nee. Jetzt kann ich doch hier e-psilon, dann können wir von. x habe ich da wieder das gleich wieder im hobby dann naja ich muss noch mal machen also wir müssen hierüber haben das heißt wir machen wir machen bei x rein und b raus, x rein und bei y dann bei b rein und bei y dann bei x rein, bei b raus, dann bei y rein, b rein, x rein und bei y, ne wir müssen da unten anfangen, das heißt jetzt haben wir den wir machen es einfach mit dem gel nicht ausreichend okay dann müssen wir das mit den türmen anders da muss man die immer über so von links nach rechts übereinander legen also kurz überlegen wir nehmen den oberen weg, den setzen wir einfach mal auf y dann nehmen wir den weg und den setzen wir auf b dann wir y weg und setzen den auf b dann nehmen wir x weg und setzen auf y dann nehmen wir b weg und setzen dann nehmen wir b weg und setzen auf x dann nehmen wir x wechseln setzen auf y dann nehmen wir x wechseln setzen auf b dann nehmen wir y und setzen auf x und wir nehmen y und setzen den auf b dann nehmen wir y und setzen auf x nee ne ach so war dann mit dem x und jetzt nach b dann nehmen wir y und setzen auf x wenn wir hier und setzen auf y dann nehmen wir b und setzen auf x nee nee warte mal ja dann nehmen wir y dann nehmen wir warte mal was will ich doch an das richtig ne so y geht auf b x geht auf y ja jetzt ok b geht auf y auf y x geht auf b dann geht y auf x so ich habe die station reparieren zu wollen benötigen sie meine hilfe ja ja ich könnte hilfe dabei gebrauchen wer bist du dieses system ist darauf eingestellt auf den namen mir zu reagieren würden sie mir bitte auch ihren namen nennen commander shepherd ich arbeite für die abteilung special tactics and reconnaissance der zitadelle einen augenblick bitte autorisierung bestätigt ihre level 2 autorisierung für alle systeme ist bestätigt bitte beachten sie dass anfragen zu forschungsarbeiten nur mit einer level 3 autorisierung beantwortet werden können eine level 3 autorisierung wird nur an die führenden angestellten von bin hex vergeben das system ist jetzt bereit für abfrage anwendungen sie können mich über alle holographischen terminals in gipfel 15 erreichen ok wo ist benetia ich muss die matriarch in benetia finden lady benetia hat den passagierzug zu den außenlaboren der riftstation genommen warnmeldung warnmeldung das zug system ist außer betrieb schadensbericht wie lässt sich die situation hier beschreiben einen augenblick bitte diagnose prozess aktiv schwerer fehler haupt reaktor wurde gemäß notfall eindämmungsprozeduren abgeschaltet manueller neustart erforderlich schwerer fehler die landleitungen sind nicht ganz viel machen hier passagierzüge sind offline bericht ende haben sie noch weitere fragen zum systemstatus das ist alles was ich jetzt wissen muss gut hauptreaktor wurde gemäß notfall eindämmungsprozeduren abgeschaltet manueller neustart erforderlich achtung landleitungsverbindungen sind deaktiviert die passagierzüge sind außer betrieb ok wir gucken wo wir hinkönnen mit wir irgendwie was hier reparieren können landleitung und auch und auch der rest die frage ist das denn ist das der weg wo wir von her gekommen sind hoch fahrstuhl zum zug fahrstuhl zur cafeteria und das passt doch zum rektor wollen wir sie befinden sich jetzt im hauptreaktor warnmeldung hauptreaktor wurde gemäß notfall eindämmungsprozeduren abgeschaltet manueller neustart erforderlich mitgelden wahlmeldung hauptreaktor wurde gemäß notfall eindämmungsprozeduren abgestattet ja das ist mir schon manueller neustart erforderlich achtung mitgelden müller ein die landleitungsverbindungen nutzen wollte die accettiviert die passagierzüge sind die passagierzüge sind 1 Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Wow, das waren doch einige, oder? Er hat auf einmal her, da. Oh, ich hab den nicht kommen sehen, wie man sieht, wie man so schön sagt. Obwohl, wir waren schon ganz gut, ne? Ich muss den ganzen Weg nochmal machen jetzt. Ach klar, ich hab ihn nicht gespeichert. Nein, ach. Warnmeldung. Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Die Passagierzüge sind außer Betrieb. Gott, gleich wieder runter. Ich will den anderen auch mal machen, weil ich hab keine Lust, die andere Landleitung zu machen. Die machen wir auch, aber erstmal in diese Richtung. So. Ah, das war ja ... Okay, aber die kann man schaffen da. Das war jetzt ja nicht so schwierig. Ich muss nur aufpassen, dass der Typ da oben, den muss man irgendwie anders platt machen. Was ist denn mit dem Kram hier? Pass auf, wir werden mal ganz kurz unsere ... ... unsere Waffen nochmal hier ... ... unsere Ausrüstung nochmal ein bisschen ... ... ein bisschen aufpolieren. Dann hab ich schon drauf. Okay. So. Ähm ... Ich schieße ja eigentlich nur mit dieser Waffe. Deswegen da macht es Sinn, vielleicht eher Updates drauf zu haben. So. Und ... Nein, 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 nein. Nur eins. Und die anderen auch. So, und bei ihr ... Sie hat es schon draufgeführt. Meldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. Manuela Neustart erforderlich. Manuela Neustart erforderlich. Achtung. Landleitungsverbindungen sind deaktiviert. Ja, wir wissen es. Die Passagierzüge sind außer Betriebs. Sie befinden sich jetzt im Hauptreaktor. Warnmeldung. Hauptreaktor wurde gemäß Notfalleindämmungsprozeduren abgeschaltet. So, wir speichern direkt hier, damit wir gleich wieder hier weitermachen können. Manuela Neustart erforderlich. Das wir gehen jetzt nicht weiter. Aber das Pechte ... Ah, wir können nicht mal speichern, das ist ja beschiss. Doch, können wir. Gut. So. Ah ja, komm, hier warte mal. Guck mal, komm, hier nochmal was mitnehmen. Dann nochmal was mitnehmen. Dann nochmal was mitnehmen. Redikit. Und ... Dann speichere ich glatt hier nochmal. Was? Warnmeldung. Gut'sxraben? Oh nein, schießt er den. Schießt er, macht ihn ja platt. Leute, macht ihm doch platt, wenn er. Muss er weiter reingehen, damit er hinterher kommen könnte, kann sein. Aber ich weiß noch nicht, wie viele von diesen Grapplern da noch kommen. Speichern können wir eben hier nicht. Ah, guck mal. Okay, hier oben ist die Zeher, ne? Ich frage, ob man die schon gleich von hier platt machen kann. Ah, Mist, da trifft mich. Trifft mich sofort. Okay. Das müssen schon ein bisschen weiterlaufen. Okay. Wir müssen schon ein bisschen weiterlaufen. Okay. All right. Okay. Okay. Okay, kann ich mal eigentlich gar nicht machen. so einer ist da ja noch da müssen okay ich habe muss laufen da hinten hinzukommen damit er uns nicht sofort erwischt warnmeldung hauptreaktor wurde gemäß manueller neustart erfordert akkuat er sitzt in der zwickmühle aber hier können wir nicht treffen ich glaube es war es für ihn gut den ganzen kram nicht normal machen müssen ja das ist schon ein bisschen heikel kraftstoffleitung reparieren das machen wir mal das war einfach landleitungsverbindungen sind deaktiviert die passagierzüge sind außer betrieb ok online nein ich wollte nicht mit dir reden entschuldigung mir das ist alles was ich jetzt wissen muss jub von hierher gekommen sind da längst gegangen das heißt wir können da hinten aber noch mal hochgehen also oder haben wir jetzt schon eine sache abriert ne ich glaube wir müssen noch mal nach oben das machen wir noch mal gucken ob es da noch irgendwas gibt weil das kann es ja nicht gewesen sein los vielen dank was das hier Achtung landleitungsverbindungen sind deaktiviert die passagierzüge sind außer betrieb diplomatische warnung ok ähm er speichert zwar auch automatisch aber irgendwie nicht so richtig wie ich das gerne will hier stand der typ ja nur oben ne hm ist da noch was gut wir müssen mal gucken dass wir irgendwie ich glaube das war wirklich alles ne wir haben eigentlich nur das Pfeil da drin repariert und das war's das ist natürlich easy peasy gewesen oder kann ich gar nicht vorstellen aber irgendwie da ging es da hinten noch irgendwo weiter da hinten ist auch noch ein weg wir sind da mal durch das geht hier auch nicht weiter ne runter und dann kann man hier reingehen und das war's Achtung landleitungsverbindungen sind deaktiviert nö das müssen wir nicht machen außer Betrieb gut dann kommen wir zurück um zu dem Fahrsturm runter zu gehen und ähm ja machen wir die nächste Kabine ne komisch gut dass es so leicht war hätte ich jetzt nicht gedacht aber so ist das normal zwischendurch nicht Achtung Landleitungsverbindungen sind deaktiviert die Passagierzüge sind außer Betrieb los okay hier gab es ja noch irgend also da sind wir jetzt reingegangen da müssen wir noch gucken und einen anderen Fahrstuhl benutzen ne dann gibt es ja noch den Fahrstuhl nach oben geht das wäre der hier Landleitungssystem muss ja oben am Land sein so wie ich das kann ich das so richtig vorstellen testen wir mal zum Dach Warnme- Achtung Landleitungsverbindungen sind deaktiviert die Passagierzüge sind außer Betrieb da sind sie doch immer okay die ziehen als Soldaten in die Küche ne Achtung Landleitungsverbindungen sind deaktiviert die Passagierzüge das war easy Landleitung repariert gut okay hier ist Mira Terminal aber wir können ja direkt wieder runter gehen weil wir haben es ja geschafft sehr gut jetzt müssen die Züge auch wieder funktionieren oder? das ist falsch verstanden ne die Züge müssen auch wieder gehen jetzt läuft der jetzt auf jeden Fall hier grün ah ich habe das Viecher erwischt los schießt ihr mal danke so jetzt hier weiter Sie betreten jetzt den Dekontaminations- und Transport-Hub okay Warnmeldung freie Gefahrenstoffe in der Dekontaminationskammer Zugang zu den Passagierzügen nicht empfohlen das ist natürlich schlecht das ist natürlich schlecht Sie sind eingeschlossen die Tür ist kein Problem achso Fertigkeit ist zu gering Mira brauchen wir nicht die Kontrollgruppe im Labor ist außer Kontrolle sie sind wahnsinnig geworden sie können nicht weg sie kommen jetzt die Tunnel hoch es tut uns leid es hat keiner geschafft den Selbstbestürungsmechanismus zu aktivieren rettet euch okay sollen wir die überbrücken? machen wir mal wir müssen leider hier durch ich bin noch fast am sterben mal kurz bin ich geheilt das war ja gemein aber das war wirklich gemein fieses Ding das war ein fieses Ding muss ich mal zugeben hei 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 so kommt mir die Tür getfen Zur Riftstation. Abfahrt Central Station, Richtung Riftstation. Wir erreichen jetzt die BINHEX Forschungseinrichtung Riftstation. Hier machen wir einen Break und machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.